Moin Moin und willkommen zur 20. Ausgabe von Top Seas 180. Ich fasse wieder die News der letzten Tage in ca. 180 Sekunden zusammen. Zusätzlich gibt es am Ende wieder einen kurzen Tipp der Woche. Okay, los geht's nach dem Intro. Kryptowährung Nachdem Elon Musk nun aus Umweltgründen Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmittel akzeptiert, ist der Kurs der Kryptowährung leicht eingebrochen. Mir stellt sich hier die Frage, ob der Tesla-Chef diese Umweltbelastung nicht vorher gewusst haben müsste oder ob dieser Schritt nicht viel mehr durch Drängen der Regierung oder wegen dem Ansehen bei den Kunden erfolgt ist. Es ist auf jeden Fall schon mal ein Signal, dem andere hoffentlich folgen werden. Natürlich hatte dieses kurzfristig auch Auswirkungen auf andere Kryptowährungen, wie z.B. das Grafikkarten-hungrige Ethereum. Diese haben sich aber weitgehend alle wieder stabilisiert. Aus Gamersicht wäre es natürlich super gewesen, wenn Ethereum zur Zahl zusammengebrochen wäre. Dann würde der Markt mit gebrauchten Grafikkarten überschwemmt und die Preise wären alle wieder in Ordnung. Auch noch ein Wort zu der so grünen Kryptowährung Chia. Hier hat der Bauer einen Farming-Test gemacht und neben dem enormen Festplattenverbrauch und dem SSD-Verschleiß festgestellt, dass sein Rechner immer noch 350 Watt aus der Steckdose saugte. Diesen Wert muss man natürlich in den meinigen Farmen mal 1000 oder ein Vielfaches nehmen. Also grün sieht aus meiner Sicht anders aus. Den Link zum Video von Roman habe ich unten in die Beschreibung gepackt. Mars. So, China ist jetzt auch auf dem Mars und zwar mit ihrem Rover Zurung. Dieser Golf-Kart-große Rover ist solarbetrieben, also rein solarbetrieben und soll Messungen des Oberflächenklimas machen. Sein Satellit wird unterdessen atmosphärische Messungen vornehmen und den Mars kartografieren. Insgesamt kreisen derzeit neun Satelliten um den Mars. Vier US-amerikanische, zwei europäische und je ein indischer, arabischer und chinesischer. Also so langsam wird es voll da oben. AMDs FidelityFX soll jetzt kommen. Kimmys Cortex soll die AMD-Variante von NVIDIas DLSS, also Deep Learning Super Sampling, genannt FidelityFX Super Resolution, noch in diesem Jahr released werden und ist bereits in den Händen der Entwickler. Dieses soll sich im Vergleich mit Nvidia gut schlagen und sogar auch auf Nvidia-Karten funktionieren. Konkrete Aussagen gibt es allerdings noch nicht und es bleibt abzuwarten, wie sich AMDs Weg des Hochskalierens der Grafik ohne KI-Training schlagen wird. Schön aber, dass es bei AMD jetzt endlich weitergeht. Da diese Woche nicht so ganz viel los war, sind wir schon beim Tipp der Woche. Und zwar MMOGA. Falls ihr wieder Lust auf ein neues Spiel habt oder euch gerade ein Schnäppchen-Woche entgangen ist, so solltet ihr bei MMOGA mal schauen, ob euer gesuchter Titel da nicht gerade günstiger ist. Hier bekommt ihr dann den Key zum Spiel, den ihr zum Beispiel einfach bei Steam eingeben könnt und schon beginnt der Download. Wer also die Angebotswochen bei Ubisoft verpasst hat, kann Far Cry Gold beispielsweise statt 90 Euro jetzt für 20 Euro bei MMOGA kaufen. Wenn ihr noch einen kleinen Serientipp von mir haben möchtet, dann kann ich euch die neue Star Wars Serie The Bad Batch von Disney ans Herz legen. Die Handlung setzt nach Star Wars The Clone Wars an und rückt eine Gruppe ungewöhnlicher Klone in den Mittelpunkt. Zu diesem Zeitpunkt müssten jetzt drei Folgen erschienen sein. So, das war's für diese Woche. Wie immer ist das Video nicht gesponsert und mein Lohn besteht rein aus euren Likes und eurem Feedback. Also bleibt mir treu und hoffentlich bis nächste Woche. Bye, bye!